Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von BAUFUM24 TV und jetzt wundert ihr euch, wer neben mir steht. Denn neben mir steht der berühmte, weltbekannte, wundervolle, wunderbare Heimwerker und Bastelkönig, Michael Truppe von Let's Bastel. Herzlich willkommen, Michael. Was machst du eigentlich hier? Er übertreibt natürlich wieder mal total. Ja, erstmal danke für die Einladung, sagt man ja so, oder? Ich hab dich nicht eingeladen. Aha, danke, danke, danke. Du hattest, glaube ich, bei uns geklingelt am Büro und ich dachte... Ich bin zufällig vorbeigekommen, so 700 Kilometer. Aber jetzt mal ernst, liebe Leute, der Grund, warum Michael bei uns ist, er will mal so ein bisschen hinter die Kulissen einer professionellen Videoproduktion und Filmproduktion schauen. Du Penner. Jetzt hab ich gedacht, er fängt ehrlich an, denk mir so, okay, machst du mir auf einen seriös, guck mal zu, was er jetzt bringt. Nein, wir sind natürlich hier, das Geile ist ja, wir haben ja vorher, wir haben ja schon viel gequatscht, wie das mit den Akkuschrauber läuft und meine Meinung war ja eigentlich, dass das Meckern auf hohem Niveau ist, aber wenn man tatsächlich mal so viele Akkuschrauber hat, dann stellt man tatsächlich Unterschiede fest. Und wir haben uns heute gedacht, wir bringen die Essenz eines mehrstündigen Gesprächs euch heute einfach näher. Vielleicht ist es für euch ausschlaggebend, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ich würde euch schenken, euch, der Community. Irgendeiner? Irgendeiner. So. Darf ich auch mitmachen? Äh, nee. Bin ich nicht Community? Nee. Danke. Mitarbeiter, inoffizielle Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, Verwandte und Bekannte sind von der Teilnahme leider ausgeschlossen. Okay. Also. In dem Sinne. Wie witzig. Ja, ja. So sind wir heute. Wie witzig. Aber wir sind mal endlich nicht mehr im Dienst. Das heißt, wir können uns so gehen, wie wir wirklich sind. Das ist das Schöne. Auf jeden Fall seht ihr am Ende, worum es geht. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Kollege. Sagt mal bei euch so oben im Norden, oder? Ja, wir sind ja nicht im Norden. Wir sind ja hier im Münsterland. Das ist natürlich für eure, hier, für die, für die Bayern. Für die Bayern sind, das hat es ihr natürlich nordlich. Ja, klar. Hier im Norden. Norden. Ja, ja. Aber wir sind Westfalen, ne? Von daher, also, alles was jetzt kommt, ist vielleicht nicht mehr so ganz offiziell und seriös. Also ihr müsst in diesen, in dieser Sendung müsst ihr damit rechnen, dass ihr auch mal ein bisschen Blaberei und Blabla von uns mitkriegt. Aber alles, alles zum Thema auch? Alles zum Thema und alles witzig. Und trotzdem seriös, so sind wir. Also ich bin nicht witzig. Nein? Nee. Ich auch nicht, aber ich meine, ich wäre witzig. Ja, dann haben wir es gemeinsam. Okay. Wollen wir mal anfangen mit einfach in die Hand nehmen? Weil es gibt, habe ich gemerkt, wenn man diese Akkuschrauber anfängt in die Hand zu nehmen, viele von euch haben gesagt, also von meinen Zuschauern auf dem Let's Bastel Kanal, guckt doch mal, wie ausgewogen die sind. Aber ich merke jetzt hier bei vielen nicht, dass die irgendwie überkippen. Ich finde, das haben viele Hersteller gut gelöst, dass das nicht mehr frontlastig ist. Sonst würden sie auch nicht stehen, wie ihr seht. Ja, die sind schon sehr gut. Aber man merkt natürlich schon Unterschiede. Klar, ich meine, wenn ihr den mal anschaut, das ist natürlich dann schon... Gut, das ist ein Schlagschrauber, das ist jetzt nichts für die kleine Spackschraube, für die 4x50. Genau, man merkt eben schon, wenn man in die Hand nimmt, wie eben das Griffverhalten ist. Mir ist aufgefallen, um mal zu einem Punkt endlich mal zu kommen, mir ist ein Akkuschrauber ein bisschen mehr aufgefallen. Wo ist der... Du meinst den für den... Nein, 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 der... Der Metabo? Ja, genau. Was mir aufgefallen ist... Du hast mal der kleine Metabo, glaube ich, oder? Das ist der große. Du hast... Ja, genau, der kleine Metabo. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Genau. Ja, guck mal, so läuft es hier, ne? Genau, das ist mir negativ aufgefallen. Ihr seht, das ist ein bisschen breiter hinten. Es ist auch so, wir haben gemerkt, dass der André und ich unterschiedliche Hände haben, wie wir alle auch. High five. Genau, seine Hände sind größer. Hier, hier, da. Genau, und da merkt man eben auch die Unterschiede, wenn man so ein Akkuschrauber, so ein Gerät anfasst. Also für mich ist der schon zu breit. Wie ist der für dich? Also für mich ist er gut, aber das war interessant, weil als du das erwähnt hast, habe ich ihn ja mal so geguckt. Okay, wenn meine Hand jetzt kleiner wäre, wäre es nicht optimal. Also ich könnte ihn nicht mehr komplett umgreifen. Ansonsten war ich positiv überrascht, weil der auch überhaupt nicht kopflastig ist. Und bei dem hast du ja, habe ich jetzt leider weggesteckt, aber hier ist ja der 4 Amperestunden Akku drin. Und es gibt ihn auch noch mit dem 2 Amperestunden, dann hast du ja auch nichts überstehen. Aber ich glaube, wir sollten grundsätzlich mal, dass ich selber auch nicht verwirrt bin, mal nur erstmal die kleinen miteinander testen. Und dann die großen, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, hey, der ist total leicht im Handling und greifen wir dann so ein und sage, der ist viel schwerer im Handling, weil das ja auch unterschiedliche Zwecke erfüllt, das Gerät. Wird mein Vorschlag, wir machen jetzt erstmal so in der Klasse da so ein paar, ja, ein bisschen Quatschen drüber, wäre mein Vorschlag. Wie möchtest du es machen? Ja, ein bisschen mal Quatsch, ein bisschen mal allgemein euch erklären. Denn nicht verwechseln, ihr habt ja den ersten Review von mir gesehen mit dem Kollegen hier, mit dem Bosch. Und da habt ihr auch mal gesehen, weil ich weiß, ich muss euch gestehen, der Review hat echt lange gedauert und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe euch das angeteasert, aber wir sind ja in der Firma nicht nur dafür da, dass wir Akkuschrauber abdrehen, sondern wir haben auch eine Menge andere Filmprojekte auch im Auftrag. Und da kamen einige Projekte dazwischen und das ist nicht mal so eben abgedreht. Also wir haben da wirklich ein paar Tage dran gedreht, geschnitten. Die Animation, die ihr da seht, das ist echt eine Heidenarbeit. Das habe ich gesehen, das habe ich mir erklärt. Weil der Michael heute auch mal sehen dürfen, was da so hinter steckt. Also und ich, wenn ich das mache, ich habe da Spaß dran, aber wenn ich es mache, mache ich es immer richtig. So, von daher werdet ihr jetzt im Prinzip jede Woche mit ein, zwei Reviews beglückt werden, die jetzt so nach und nach abgeschnitten, oder abgeschnitten, habe ich abgeschnitten gesagt? Ja, abgeschnitten. Abgedreht und durchgeschnitten. Durchgeschnitten, abgeschnitten und angeschnitten. Genau, also fertig durchproduziert sind und hochgeladen. Und was wollte ich überhaupt sagen? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht es jetzt erstmal mit den kleinen Schraubern weiter. Nee. Nicht. Ihr sollt es nicht verwechseln mit den Reviews. Die kommen ja noch, die einzelnen Reviews. Und dann gibt es ja nochmal die Zusammenfassung, wo wir auch wirklich detailliert alle Daten nochmal vergleichen. Heute ist im Prinzip kleiner Akkuschrauber TORC. Der auch wertvoll für euch sein kann. Es gibt natürlich auch verschiedene Anwendungszwecke. Der eine sagt, also was mir jetzt persönlich hier nicht so wichtig ist, ist bei mir eben so Akkulaufzeit. Das macht eben der André mit seinen Videos, wo er genau das behandelt. Darum soll es in dem Video von mir aus nicht gehen. Sondern das ist jetzt einfach, wir haben beispielsweise bei Schraubern festgestellt, ihr kennt das bestimmt, ihr schneidet 30 Gewinde nach. Da muss ich natürlich oft vorwärts, Schrauber rein, da muss ich zurückstellen und dann kommt dieser Gewindeschneider wieder raus. Das ist eben hier, wie ihr seht, ich schalte ja hier um und dann schalte ich hier wieder zurück. Das heißt, ich mache das Gewinde rein, schalte hier um und schalte dann hier zurück. Und das ist für uns bei manchen Schraubern eben aufgefallen, dass es leicht geht und bei manchen eben schwer, auch je nach Beschaffenheit der Hand. Ja, wenn ich mal den Metabo hier nehme, da ist es mir aufgefallen, der ist für mich, für meine Größe der Finger nicht optimal. Denn ich bin jetzt hier im Linkslauf, jetzt möchte ich auf Rechtslauf und jetzt kann ich hier relativ umständlich, weil ich komme hier mit dem Knöchel nicht drauf. Ich muss schon wirklich sehr kontrolliert hier positionieren, denn das Gehäuse vom Getriebe blockiert im Prinzip hier so meinen Finger, den ich jetzt hier nicht hin und her schieben kann. Und der Weg des Schalters ist hier echt sehr gering und wenn du in der Mittelstellung mal bist, hast du jetzt kaum noch ein haptisches Feedback. Also das hätte man wirklich besser machen können, aber ihr müsst es wirklich auch selber mal ausprobieren, weil ich hatte zum Beispiel meinen Vater hier und für den war es perfekt, weil der genau seinen Fingerknöchel hier über der Taste hatte. Das ist wie ein Schuh quasi, so ein Akkuschrauber muss eben eurer Hand passen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei dem Feinschrauber hier, fein mag jeder halten, was er will, aber mir ist aufgefallen eben, hier kann ich prima hinschalten. Aber beim Zurückschalten, dadurch, dass dieser Schalter, wie ihr vielleicht sehen könnt, ein bisschen angeschränkt ist, fällt mir das schwer, das wirklich easy zu schalten. Bei welchem Schrauber es mir sehr positiv aufgefallen ist, ist dieser Schrauber hier. Das geht wirklich für meine Handgröße, ist das wirklich optimal. Also bei der Handgröße ist hier das wirklich optimal, das lässt sich ganz leicht schalten, ohne dass ich hier diesen Schrauber umgreifen muss. Das ist mir bei dem Schrauber sehr gut. Also das gefällt mir eigentlich, eigentlich, das gefällt mir bei dem Schrauber wirklich am meisten. Also jeder hat ja, wie gesagt, seine Vor- und seine Nachteile. Aber jetzt zeig uns doch mal diesen superlauten Schrauber. Oder was denkt ihr, welcher von diesen Schraubern könnte wirklich der lauteste sein? Zeig es uns, André. Welcher ist wirklich der lauteste? Ja, da haben wir einen Gewinner in der Disziplin. Einen Gewinner? Einen Gewinner. Das ist nämlich der Kollege von D-World. Eigentlich ein Gerät, was einen robusten Eindruck macht. Hier Getriebegehäuse aus Metall. Da war ich auch sehr zufrieden. Wir hatten die auch und ich fand die Schrauber echt klasse. Aber der, ich war so überrascht, wo du den angemacht hast, das ist wirklich so Ohrenzuhalten-Style. Pass auf. Das sind 100 dB, Leute. Pass auf, du hast den Dezibel-Messgerät hier. Ja. Das sind 100, Leute, 100 dB zum Vergleich. Wenn ihr in einer Disco steht und die Mucke läuft auf volle Kanne, das sind mindestens 100 dB. Das heißt, ja, ihr steht, das sind 100 dB und das ist echt laut. Es ist auf jeden Fall wirklich so, Leute, das Ding ist einfach saulaut. Das mag vielleicht differieren, wenn man das in einem Winkel hinhält, aber... Halt und mach'n. Was fängt da an? 81. Das ist, ich finde, das ist auch so eine subjektive Geschichte. Das ist einfach unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Im Vergleich, den vom Geräuschlevel am angenehmsten war der Festool hier. Wenn man den jetzt mal zeigt, schauen wir mal, so, hier, spiegelt es ein bisschen. So, der kommt ungefähr auf 80 dB und jetzt müsst ihr wissen, 6 dB plus ist gefühlt eine Verdoppelung der Lautstärke. Also, das Ding ist auch vom Geräuschniveau, einfach, dass es tieffrequenter ist. Es hört sie einfach angenehm, nahezu angenehm an. Maschiniger. Maschiniger, genau. Das ist eher so die Abteilung startender Düsenjet im Part mit Zahnarztbohrer. Ja, das ist einfach ein unangenehmes Geräusch. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass die Kollegen sich da in der Entwicklung nicht mal Gedanken machen oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht kaufen die den Motor ein und stellen danach fest, oh, das Ding ist ja einfach nur laut. Wir haben auch festgestellt, dass man, wenn man, auch bei den Cases hinten, die wir jetzt nicht reviewen, aber es sind einfach, finde ich, bei vielen Herstellern wirklich sehr durchdachte Details drin. Bei anderen wieder nicht. Wir haben zum Beispiel festgestellt, manche Hersteller gummieren ihren Akku, wie hier jetzt Flex, fällt mir gerade auf. Der ist gummiert. Dann gibt es wieder Leute, die gummieren. Oh, hier Ryobi auch. Ist auch gummiert. Dann gibt es wieder Firmen, wie hier, DeWalt. Die gummieren gar nicht. Da ist unten einfach Plastik dran. Makita auch zum Beispiel. Zerpönt, wenn so ein Ding auf einer Schräge steht. Ja, Baugerüst oder so. Zack, rutscht. Ja, Baugerüst. Es ist etwas rutschig, zack, rutscht es dir runter. Das passiert bei den Kollegen nicht. Und sogar der Einhell, ja, wahrscheinlich das günstigste Modell hier von den normalen Schrauben, sage ich mal. Sogar der hat eine Gummierung. Also da frage ich mich, was ist hier auch, Bosch, was ist hier los? Warum gummiert ihr das Ding unten nicht? Verstehe ich nicht. Ja, Bosch sagt ja, dass die diese Coolpacks oder diese Kühltechnologie hier haben mit den Akkus. Aber dann hätte man hier so eine Gummierung drum machen können. Ja, klar. Also da sehe ich jetzt keinen Grund. Hier auch gut festholt. Was ist hier auch los? Leute, ein Gummistrip. Schaut mal an. Was ist das? Also ich verstehe bei manchen Schrauben manche Details nicht. Geht es dir auch so? Ja. Also ich denke da so nahezu perfektes Gerät und dann hapert es an irgendeiner Kleinigkeit. Sei es die, ach wo war das mit der? Bei dir dachte der Akkuschraube, ich glaube hier war doch dein einziger Kritikpunkt, dass eben, ich mache mal den Akku raus und stört euch das. Ich zeige es euch mal, dass hier war doch dein Kritikpunkt, das mag jetzt vielleicht blöd, aber dass diese scharfe Kante, wenn man eben oft irgendwie daneben, dass man sich am Finger dann rippst. Das war ja dann dein Kritikpunkt. Haben beide, denn das ist ja das Testgerät und das ist hier mein Schrauber und auch hier ist es also keine Seriensteuerung. Hier steht Himmel. Himmel. Hä, das ist immer noch mein Spruch. Ne, jetzt auch meiner. Also hier steht diese Kante über und wenn ihr jetzt Volllast immer macht und ihr rutscht hier mal so drüber, dann schubbert das ein bisschen. Eins musst du mir erklären, André. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, mir ist ja aufgefallen, also ich habe ja auch einen Festtool-Schrauber und es ist ja so, dass bei diesen Festtool-Geräten, vielleicht könnten es manche von euch nicht kennen, die keine Festtool-Geräte haben, hier gibt es ja einen Winkelaufsatz und verschiedene. Jetzt wäre meine Frage an dich, da ich festgestellt habe, dass das ganz viele Akkuschrauber haben, dass ich eben hier vorne dieses Teil, ist das so, dass es bei diesen Herstellern eben auch diese auswechselbaren Teile gibt, die ich dann draufstecken kann oder wie ist das? Du meinst jetzt, ja, in der Regel ist das so. Habe ich hier jetzt für den Flex auch einen Winkelaufsatz? Ja. Wir haben hier einen Flex, den man vorne abmachen kann, wir haben hier einen Festtool, dann haben wir Metabo, Fein, also ich sehe jetzt, genau, Metabo, Fein, also ich sehe viele Geräte, wo ich das eben vorne auch abnehmen kann. Wenn ihr Interesse an so einem Schrauber habt, würde ich auf jeden Fall von euren Favoriten eben dann gucken, dass ich mir das Einzelreview anschaue, weil es eben doch einige Details gibt, die an einem gut oder schlecht sind. Also das ist, ihr müsst ja auch wissen, wenn ihr einen Akkuschrauber kauft, das wollte ich auch noch so ein bisschen mitgeben, es gibt natürlich nicht das perfekte Gerät. Also ich denke, du würdest jetzt ja auch nicht so weit rausgehen und sagen, Leute, der Schrauber XY ist der beste für euch. Das denke ich mal, würdest du auch nicht machen. Nö, das muss, also ich zeige ja in den Tests, das kam ja auch, glaube ich, bei den Kommentaren, die ich unter dem Bosch Akkuschrauber-Test gelesen habe, kam das ja bei euch gut an. Das ist relativ neutral, natürlich habe ich auch irgendwo eine Meinung, aber ich versuche euch das ja neutral auch darzulegen, wirklich Stärken und Schwächen und die Fakten einfach mal. Und das ist ja eine Sache mit der Umschaltung. Also für mich ist es nichts, obwohl ich den Schrauber wirklich sonst von der Haptik und so, ich finde ihn gut, Laufgeräusche, das macht alles einen sehr guten Eindruck. Made in Germany, vielleicht auch für den einen oder anderen auch nochmal ein Argument. Aber das ist für mich jetzt wirklich ein K.O.-Kriterium, aber das muss für euch nicht so sein. Genau. Genau wie auf Baufunk24 haben wir auch diesen langen Thread-Kaufempfehlung Akkuschrauber und da habe ich auch mit dem User die Diskussion gehabt. Der wollte, glaube ich, ein Gerät für alles und das sollte auch stark sein für große Schrauben, aber natürlich auch leicht sein. Und billig, natürlich billig. Nee, billig, nee. Der hatte auch geschrieben, Budget ist eigentlich absolut zweitrangig. Okay. Aber meine Empfehlung ist dann, okay, dann hol dir einen Schrauber, der entsprechend stark ist, aber hol dir einen kleinen, kompakten dazu. Für aus meiner... Verschiedene Anwendungen quasi. Also für meinen Alltag, jeden Tag, wenn ich auf die Montage fahre. Mindestens. Mindestens. Nein, also in meinem Anwendungsbereich ist wirklich 80 Prozent, ich muss mich ja outen, ich habe den Kollegen hier, allerdings die Non-Brushless-Variante, davon habe ich gleich drei Stück, weil die sind relativ billig. Du kriegst das Solo-Gerät irgendwie bei Amazon, Link schreiben wir euch unten rein, irgendwie 55 Euro. Das ist echt günstig. Und so ein paar Vera-Schraubenzieher kosten das noch das Gleiche. Dann kriegst du heute einen Akkuschrauber, ohne Akku, Solo-Gerät, aber ich habe die Dinger wirklich ein mit dem Bohrer. Weil, wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest und du musst immer vorbohren, dann machst du Schrauben rein. Nichts ist nerviger, als dann immer wechseln, Bohrer und so weiter. Oder du musst irgendwas bohren, was du nochmal vorbohren musst. Und da sind die Dinger echt genial. Die sind leicht. Auch der Akku hat ja mittlerweile zweieinhalb Ampere-Stunden. Jetzt gibt es einen mit vier Ampere-Stunden. Ich habe gelesen, gehört, glaube ich auch unter den Comments oder bei Bauform24, dass Bosch noch einen 6 Ampere-Akku plant. Also die Dinger haben ja mittlerweile richtig Kapazität. Und dann für die Arbeiten, wo der zu langsam ist, wo der zu schwach ist, da nimmst du dir dann eben einen größeren Kollegen. Aber dann bist du eigentlich gut abgedeckt. Weil es ist auch relativ, sag ich mal, unsexy, wenn du mit einem 2-Kilo-Gerät über Kopf arbeiten musst für normale Schrauben. Da ist dann der Geschwindigkeitsvorteil nicht so da, wenn dir dann nachher der ganze Arm weh tut. Also das müsst ihr immer entscheiden. Und hier so ein Doppelwopper von Makita. Auch eigentlich ein geiles Gerät, finde ich. Der wirkt ja, also der ist ja echt massiv und hat tierisch Power. Ja, ich habe gestern, also ich habe noch nie einen Schrauber erlebt, einen Akkuschrauber, den ich es nicht geschafft habe, mit der Hand zu halten. Hier, ich zeige es euch mal. Das, mir hat gestern dieses Bohrfutter hier, hat mir ein Stück rausgerissen hier. Da fehlt ein Stück. Also das habe ich so auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Ne, der hier war es. Ja. Das hat mich echt gewundert. Gut, man muss natürlich dazu sagen, er hat seinen letzten aktuellen Akkuschrauber mal vor 10 Jahren in der Hand gehabt. Ist das so? Weiß ich gar nicht. Aber das kenne ich auch noch. Wenn man früher so Akkuschrauber, da hat man immer versucht, so wenn man in der Ausstellung so, den halte ich jetzt fest. Genau. Und das klappt auch. Genau, aber heute, die Akkutechnologie ja eben, mir ist ja auch aufgefallen, oder euch bestimmt auch schon, wenn ihr so einen Akku von so einem Gerät abmacht. Ja, das ist ja winzig. Und wenn man das Gehäuse noch wegrechnet, sind das quasi so vier AA-Batterien, was da drin sind von der Größe, haben aber eine Leistung. Das ist unglaublich. Deswegen, man ist ja sowas gewohnt und man kann das Ding noch halten. Ja. Vor 10 Jahren. Das ist halt heutzutage im Jahr 2017 eben nicht mehr so. Eigentlich mal ganz interessant, mal den Vergleich neu-alt. Ich habe ja hier meinen alten Metabolus, haben wir drauf, wo wir stand drauf? 2003. Genau. 2003. Hier ist ein 12 Volt mit 1,4 Amperestunden. Das hat das Ding ja schon. Wir haben jetzt hier im Prinzip 12 Volt, weil die Ladeschlussspannung ist 12 Volt. So, und hier haben wir 2,5 Amperestunden. Also im Prinzip deutlich mehr Leistung. Fast die doppelte Leistung. So sieht das heute aus. Da ist der Fortschritt. Und das Traurige an der Geschichte ist dann, jetzt auch für meinen Fall, der Schrauber war auch hochwertig, war auch nicht ganz billig, aber, und der läuft gut, aber du kannst ihn wegschmeißen, weil die Akkus. Das war das oft an den Geräten überhaupt, dass diese Akkus. Was mir noch aufgefallen ist, ist, ich habe ja auch unter meinem Video gepostet, Leute schreibt mir mal, was ihr wissen wollt. Und dann kam eben Rundlaufgenauigkeit. Und dazu möchte ich jetzt eben auch was sagen. Der André hat mir gezeigt, dass bei dem Schrauber, ich zeige es euch mal, bei dem was, ich zeige es euch mal in die Kamera, dass dieses Spiel hier, von diesem, ich weiß nicht, ob man sehen kann, seht ihr das? Das ist ein bisschen schwer, aber man sieht es wackeln. Und man hat eben gesagt, hey, wie ist denn die Rundlaufgenauigkeit? Und da habe ich gesagt, Leute, das ist doch Quatsch. Wozu brauche ich hier eine Rundlaufgenauigkeit? Es gibt ja erstmal verschiedene Lagerarten. Es gibt Lager, die halten axiales Gewicht. Was ist axiales Gewicht? Wenn ich so drauf drücke, wird das Lager richtig belastet. Wenn ich in diese Richtung drücke, wird das Lager falsch belastet. Und Akkuschrauberlager sind meistens eben auf Druck ausgelegt. Und wie bohre ich mit einem Akkuschrauber? Bohren, axial. Klar, wenn ich jetzt hier eine Bürste einspanne und den halben Tag entlacke, dann verwende ich diesen Akkuschrauber schon mal falsch, weil ich das Lager falsch belaste. Und Rundlaufgenauigkeit? Ja, Mann, wenn ich drei Promille habe und bohren will. Ja, also deswegen, ich habe mich gefragt, wozu brauche ich Rundlaufgenauigkeit? Ich spanne das Ding ja nicht in den Bohrständer ein. Für mich war jetzt Rundlaufgenauigkeit kein Thema. Wie siehst du das? Also ich hatte bisher noch keinen Akkuschrauber, der dermaßen wackelig war im Bohrfutter. Das ist echt extrem. Deswegen fehlt mir da die Erfahrung. Also bei uns auf den Kommentaren gab es ja auch, ja, wenn du jetzt Metall bohrst, da hast du gelernt, da körnst du an und dann zack. Dann gab es aber welche, die haben geschrieben, naja, wenn ich Gewinde schneiden muss oder kann ich sowas total vergessen. Die Frage ist ja, also, sag ich mal, ist es wirklich jetzt kosmetischer Sache, ist es ein kosmetischer Mangel oder ist es wirklich eine Beeinträchtigung? Aber ich habe bei dem hier, wenn man das sieht, der hat ja wirklich axial und radial Brutalspiel. Ich weiß nicht, also ich, für mich fühlt sich das nicht gut an. Also wenn ich Werkzeug habe, dann möchte ich dabei auch irgendwie ein gutes Gefühl haben, dass ich denke, das ist eine hochwertige Verarbeitung. Aber vielleicht gibt es ja bei euch wirklich Leute, die da wirklich mal ganz fit sind, viel fitter als wir, Banausen hier, die da mal sagen können, okay, dieses Spiel ist absolut normal, das macht nichts, das ist kein Qualitätsmerkmal. Nur andererseits, wenn ich mir die Kandidaten hier angucke, die sind rock solid. Also da ist nichts, da ist nicht ein Mühspiel drin. Ich habe auch mit der Messuhr das probiert. Wenn du hier die Messuhr platzierst und drehst, die Messuhr, die zittert vielleicht gerade mal, was einfach die Vibrationen sind, aber die bewegt sich nicht. Ja, Frage an euch nochmal, was ist für euch, euch, euch? Euch? Euer, was er euch sagen will, ich übernehme mal André. Nein, du übernimmst nicht, ja? Das ist immer noch meine Sendung, Herr Truppe. Nein, was er gesagt hat. Gehen fort mit ihm, gehen fort. Ich übersetze mal, was er sagen wollte. Jetzt habe ich es vergessen. Nein, er wollte sagen, nennt mal, schreibt mal, das ist auch für uns oder für dich wichtig, schreibt mal eure Top-Kriterien, nach denen ihr euch aktuell einen Akkuschrauber raussucht. Weil es muss ja, wenn es uns jetzt nicht geben wird oder andere Kanäle, dann habt ihr ja eine gewisse Systematik, wie ihr nach einem Akkuschrauber schaut. Beispielsweise, ihr guckt bei Amazon und sortiert nach Preis. Es kann ja sein, ich habe nur 200 Öcken zur Verfügung und möchte einen guten Akkuschrauber. Oder ich sage, Budget spielt keine Rolle und ich möchte in Zukunft eben solche Kaventzmänner reinschrauben. Das ist eben, und schreibt uns mal rein, nach welchen Kriterien ihr aktuell eure Akkuschrauber raussucht. Ja. Was ist denn für dich, was sind denn für dich drei Kriterien, wenn du jetzt hier aussuchen würdest? Also ich habe auf meinem Kanal schon mal ein Video gemacht, das können wir euch auch unten verlinken. Meine Antwort ist da immer ganz klar, oder nee, ja genau, ich muss die Antwort jetzt geben, weil ich habe ein Video gemacht, das heißt, die drei Regeln des Kaufens, da geht es eigentlich darum, wie mein Muster ist. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich es wieder zusammenkriege für euch und zwar war die erste Regel, ich muss mein Budget kennen. Das heißt, wenn ich jetzt 1000 Euro zur Verfügung habe, dann suche ich natürlich völlig anders, als wenn ich nur ein Fufi zur Verfügung habe. So, nehmen wir an, ich habe 200 Euro zur Verfügung. Dann muss ich mir natürlich erstmal klar werden, was will ich damit machen? Möchte ich damit den ganzen Tag mit einer Stahlbürste Sachen entlacken und bohren und weiß der Geier was? Oder möchte ich den Akkuschrauber wirklich nur Bits reinmachen und Schrauben reindrehen? Und wenn ich das habe, dann muss ich natürlich auch die Mitbewerbegeräte kennen. Was spielt für dich so ein Name eine Rolle? Ist für dich so Billigmarken oder in Anführungsstrichen Low-Budget-Marken, ist das für dich eine Option? Für mich persönlich ist es keine Option. Ist es für dich eine Option? Von der Grundeinstellung nein, weil ich da dann manchmal nicht so ein Vertrauen habe, wie es ist in fünf Jahren mit dem Batteriesystem. Ich finde, das hat aber nichts mit Vertrauen. Es ist für mich persönlich völlig klar, dass ein Schrauber, ich vergleiche es jetzt mal, ein Festtool-Schrauber einfach auch eine ganz andere Verarbeitungsqualität, Teileherstellungsqualität hat, als eben jetzt speziell ein Einhell. Da kommen andere Fertigungsverfahren, andere Materialien, sei es ob so ein Bruchtest und so weiter. Hier steckt einfach Entwicklungsarbeit drin und das ist halt einfach so, ich sage es jetzt mal ganz böse, streicht mal den Namen Einhell hier weg. So Billigschrauber werden halt einfach zusammengeschraubt, fertig. Da werden keine Produkttests gemacht, weil das kostet nämlich das Geld. Und das ist eben, wie gesagt, jeder muss wissen, was er mit seinem Gerät machen möchte. Und daraus würde ich euch auch empfehlen, würde ich erst mal schauen, wozu brauche ich es? Und wenn ich jetzt, wie du mich gefragt hast gerade, was ist so meine Marke? Natürlich hat jeder von euch auch seine Standardmarke, seine Hausmarke, sage ich mal. Viele von euch, Makita, ist ja völlig absolut bekannt. Fein werden wahrscheinlich eher die Leute kennen, die im Handwerk arbeiten. So jetzt gerade, ja, Schreiner oder halt Handwerksbetriebe noch. Milwaukee ist mittlerweile auch, hast du mir erzählt, Ryobi kommt aus dem gleichen Werk. Ne, ob es gleiches Werk ist, weiß ich nicht, aber es ist der gleiche Konzern. Konzern, okay. Also Tech Industries GmbH? Ja, Techtronic. Gleiche GmbH. Ja, aber die GmbH, ich glaube, die Firma, der Konzern heißt TTI oder so. Gut, aber es ist das gleiche Dach, wo diese Dinger produziert. Und genau, mit den AEG-Tools kommen die im Prinzip jetzt aus dem selben Konzern. Und dann Festtool ist halt auch so eine, sage ich mal, so eine typische Handwerkermaschine. Muffel gibt es wahrscheinlich auch noch. Das ist dann auch so wirklich der High-End-Preis, sage ich mal. Und dann Hitachi, denke ich mal, wenn auch sehr wenige kennen, weil es jetzt auch nicht gerade in jeder Baumarkette vertrieben wird. Also im Baumarkt wird halt, oder was ich oft sehe, ist eben Makita, Ryobi und DeWalt. Und Bosch, natürlich bei uns in Deutschland Bosch. Aber die anderen Geräte, sage ich mal, sind schon so ein bisschen Exoten für den normalen In-Baumarkt-Geher. Ja, obwohl Hitachi habe ich letztens gesehen beim Hornbach, glaube ich. Okay. Hatten sie Hitachi? Ja, meine ich schon. Also sieht man auch. Metabo, klar. Gut, Metabo auch noch, stimmt, genau. Metabo und Fein sind auch made in Germany. Die sind auch in Deutschland produziert. Muss man natürlich auch sehen. Lohnkosten ist natürlich eine ganz andere Sache. Hier, made in Malaysia, natürlich. Bosch Blau ist auch nicht mehr. Bosch Design, aber made in Malaysia. Ist natürlich auch eine, gut, mich persönlich juckt es nicht. Wenn die Qualität stimmt. Genau. Aber ich muss mittlerweile auch sagen, das habe ich auch so. Bosch, ich finde das Ding gar nicht so übel. Also klar, Makita hin und her, aber man hat ja immer so, ich weiß nicht, also bei mir hat Bosch stark nachgelassen. Mit dieser grünen Serie hat man halt immer diese Schrottqualität. Ich sage jetzt, ich überspitze es jetzt mal. Diese Schrottqualität als Handwerker hat man halt so gewisse Ansprüche. Und das ist halt, bei grün wird man da, ich sage jetzt nicht enttäuscht, aber wenn man halt oft damit arbeitet. Habt ihr schlechte Erfahrungen mit grünen Bosch? Könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Also ich habe eine alte Stichsäge, eine uralte Stichsäge von 82, 83. Von 1852. Genau, 1852. Ich habe auch eine neuere, ich habe einen Hobel. Gut, das sind so Sachen, die ich nicht so häufig benutze. Aber, ja, du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht, höre ich raus. Ich würde es gar nicht mal sagen, aber es ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwie durch die Medien oder von Hörnsagen, dass man halt so, Bosch grün ist kacke. Das habe ich so im Kopf, ich weiß nicht, wo das herkommt. Weiß nicht, also habe ich nicht. Ja, ich meine, you get what you pay for, ne? Das ist natürlich ein anderes Entry-Level. Und die Diskussion hatten wir bei uns im Forum auch schon mal, wenn einer fragt, ja, kann ich vielleicht doch ein billiges Werkzeug? Also ich habe so ein... Das ist immer die beste Frage. Ja, also eigentlich sage ich nein, aber ich habe zum Beispiel irgendwo hier in den Tiefen der Werkbank, habe ich einen Heißluftfön. So, das Ding brauche ich zweimal im Jahr oder wenn überhaupt. Wenn der jetzt kaputt geht, sollte... Der hat einen Zehner gekostet wahrscheinlich. Der hat einen Zehner gekostet. Also da denke ich, hm, nur bei sowas stehe ich auf Qualität, weil ich gerne mit gutem Werkzeug arbeite. Ich habe Spaß daran, wenn es gut funktioniert. Und man, ja, man erfreut sich jeden Tag an der Qualität. Wenn du billiges Werkzeug kaufst, ärgerst du dich jeden Tag über die nicht gute Qualität und du kaufst letztendlich dir doch was, ne? Auch hier hinten, so Klassiker hier, Seitenschneider. Ich habe meinen Seitenschneider von Knippex damals 30 Mark, den habe ich jetzt seit über 20 Jahren, der hat mich halt einmal 30 Mark gekostet. Ja, also das ist bei den Dingern nicht viel anders. Aber, Beispiel bei Metabo, in 15 Jahren stellst du dir die Frage, oh, wenn das Akkusystem sich ändert, hm. Und das ist das, was ich vorhin meinte, so mit Vertrauen in das Akkusystem. Ich weiß nicht, ob eine Billig-Serie oder eine Low-Budget-Serie, ob die in 10 Jahren noch denken, ah, wir behalten den Akku bei oder so. Ich weiß es nicht. Natürlich dich, die Leute wollen euch ja ständig was Neues verkaufen. Natürlich stellen die nach einer gewissen Zeit mal um. Ja, also was für mich auch noch wichtig ist, ist das Ökosystem. Wenn ich jetzt so über einen Akkuschrauber nachdenke, was bekommt man so sonst noch mit dem Akku? Und ich habe ja privat auch hier das Bosch. Das Bosch? Bosch, wer kennt nicht Bosch? Also ich bin der Bosch und habe privat den Bosch Akkuschrauber. Und weil zum Beispiel habe ich hier auch mit dem 18-Volt-System den Bohrhammer. Bin ich sehr mit zufrieden. Und ich freue mich gerade, weil ich habe gerade eine Entdeckung gemacht, der André freut sich, über diese Baustellenlampe finde ich super, weil, nennt sich irgendwie Brennstuhl-Hybrid, weil 220 Volt, wenn Strom da ist. Und wenn du keinen Strom auf der Baustelle oder wo auch immer oder draußen beim Campen whatsoever hast, dann ist dein Akkufach auch wasserdicht, wasserfest, feuchtigkeitsgeschützt. Und hier kannst du eigentlich... Auf Bosch Akkus halt wahrscheinlich, oder? Auf Bosch Akkus, genau. Ganz normal hier rein. Klick, macht auch einen super Eindruck. Vor allem wertig, das ist gepulvertes Gehäuse oder das Ding. Das schaut echt richtig robust aus. Das würde helfen. Hilf mir, hilf, hilf. Pulverbeschichtet. Und hier irgendwie, die kann man noch... Ja, kannst du die Kabel, das ist echt cool. Kabel, ja, und wahrscheinlich kann man hier noch irgendwo das Ding einhängen oder so. Und es hat 40 Watt. Und das... Ist echt hell. Wenn du da reinguckst, dann bist du... Sollen wir die Lampen hier ausmachen? Können wir eigentlich. Im Dunkeln ist es gut, man kann... Also sowas finde ich gut, dass auch von einem Fremdhersteller Zubehör oder Geräte angeboten werden, die das Bosch Akkusystem nutzen. Link gibt es unten in der Beschreibung. Cooles Teil. Ich glaube, ich habe 120 Euro bezahlt. Aber wenn einer sagt, naja, ich will nur einen Schrauber kaufen, ich will nichts anderes, dann mag das gut sein. Dann spielt das quasi keine Rolle. Ja, und da die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen, kann Michael euch nicht abnehmen. Wie du sagst, es ist halt mal... Jeder muss sich erst mal generell, bevor er einen Akkuschrauber kauft, sich hinsetzen und mal zwei Minuten überlegen, was will ich wirklich damit machen? Und was brauche ich? Und dann habt ihr eigentlich eure Antwort schon so gut wie gefunden. Dann setzt ihr euch ein Budget fest, 100, 200, 300, 400 Euro, und dann habt ihr, das ist, sage ich mal, wirklich schon 70 Prozent, dass du auf den Akkuschrauber kommst, den du willst. Ein Beispiel sind ja auch, was ich auch echt cool finde, wenn man auch so auf Technik und Werkzeug... Die Kollegen hier, die haben Vierganggetriebe. Ich finde das schon total cool, wenn man das hier so schaltet. Wie so ein Auto. Wie so ein Auto. H-Schaltung, erster, zweiter, dritter, vierter. So, und im vierten Gang zaubert der mal eben hier 3850 Umdrehungen in der Leerlaufdrehzahl. Wie viel? 3850. Also rund 4000 Umdrehungen. Wenn du sie brauchst, wenn du sie brauchen kannst, Metall bearbeiten, wofür braucht man 4000 Umdrehungen? Wofür braucht man 4000 Umdrehungen? Ich denke mal irgendwas mit einem, mit einem, was weiß ich, zum Abschleifen. Abschleifen oder sowas, ja. Wenn du das nicht brauchst, Dann ist es... 3800. Ja. Ja, wenn du es nicht brauchst, dann schön, dass du einen vierten Gang hast, den du nie brauchst. Was heißt nicht brauchst? Ich meine, wenn ich ein Zweier-Loch bohre, dann stelle ich auf volle Kanne. Also da ist es mir, da ist mir aber bewusst, ob dir zwei, acht oder drei fehlen. Aber es gibt wahrscheinlich schon Anwendungszwecke, wo man sich... Ja. Also mir fällt jetzt keiner ein. Sagen wir es mal so, aber es ist ja nicht schlecht. Okay. Also Frage an euch. Wofür braucht man bei der Baumaschine, bei einem Schrauber, 3850 Umdrehungen? Das ist die Frage, ob er die unter Last noch hält, oder was da für übrig bleibt. Und dann hatten wir noch eins, nämlich Akkuwechsel. Das genau, das war auch noch ein Thema. Genau, das ist auch ein Thema. Und das Schöne ist, also Michael war ja absolut Skeptiker nach dem Motto, wozu brauche ich einen Akkuschrauber-Test, weil die sind doch eh alle gleich. Nee, irgendwie nicht, aber ja, was gibt es da? Du hast schon immer so... Ach so, ja. Du hast gesagt, ja man, auf hohem Niveau und ob ich jetzt in einem Auto sitze, wo der Tür griff zwei Zentimeter links oder rechts. Und ich habe gesagt, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt mittlerweile so ein bisschen gewandelt hast in deiner Ansicht, aber der Akkuwechsel ist ein Thema. Und ich finde zum Beispiel, na der ist mir jetzt gerade zu schwer, hier bei dem, ich habe hier die Maschine, hier habe ich den Akku, ich entriegele den, ziehe den nach vorne weg und genauso wieder. So, ich kann also ohne jetzt umgreifen das wunderschön wechseln. Jetzt gibt es... Ich finde eigentlich, das ist bei vielen Geräten gut gelöst, um es mal ein bisschen abzuhören. Wo ist es eigentlich hier? Das ist schon zum Beispiel nicht mehr... Halte in die Kamera, sonst siehst du. Ja, das ist zum Beispiel schon nicht mehr, wie nennt man das, intuitiv, weil das setzt sich von dem hier schlecht ab. Ich habe hier keinen speziell gehighlighteten Schalter. Also mir ist, bei welchem es mir negativ aufgefallen ist, war welcher... Ja. Ja genau, wenn ihr, ich zeige es euch mal in die Kamera hier, wenn ihr hier den Akku habt, dann kann ich den nicht mit einer Hand, weil hier diese Entriegelung, Entriegelungsschalter ist, das heißt, ich muss schon mal umgreifen, um diesen Akku rausmachen zu können. Wenn ich jetzt so eine Makita mal beispielsweise nehme, dann kann ich das geht ratzfatz hier. Das ist mit einer Hand halt echt cool. Beim Bosch ist es auch so, weil die Entriegelung des Akkus am Akku ist und nicht am Gerät. Und deshalb brauchst du nicht umgreifen. Das ist auch ein schwerer Kollege, du. Der ist auch, boah, das ist ein massiges Ding. Was wiegt der? Stell mal auf die Waage. Boah, das Ding wiegt bestimmt drei Kilo. 2,4. 2,4, ja. Ist Gewicht für dich ein Faktor bei einem Akkuschrauber? Ähm, ja. Haha, Reflexi, Leute, Reflexi. Ja, Gewicht ist ganz klar. Habe ich auch beim ersten Test schon gesagt. Das macht wirklich, wenn du viel schraubst. Wenn du 100 schraubst, Kopf über oder so und nach einer halben Stunde merkst du 200 Gramm mehr oder weniger. Dein Tisch ist auch hier. Der Tisch ist noch nicht mit dem Akkuschrauber festgeschraubt. Das wäre doch jetzt auch was. Aua. Ich finde, der hört sich gut an. Das hier ist... Hey, hey, das geht gar nichts. Ich muss den auch hochheben, sonst resoniert der Tisch. Der klingt einfach wie Uhrwerk. Das ist für mich der Testsieger hier, das Ding. Also soundmäßig. Was uns auch noch oft gefallen ist mit den Lampen, gell? Also was ich an dem Kacke finde, ist wirklich, ich meine, wenn ich so eine LED hier dran habe, dann möchte ich, dass die angeht, wenn ich hier drauf drücke. Und nicht, ich schalte das Ding an und dann muss ich es aber auch wieder ausschalten. Das finde ich zum Beispiel dämlich. Ja, ich suche immer noch nach der Funktion, die ich nicht gefunden habe, dass man es eben nicht machen muss. Du meinst so dreimal lang, zweimal kurz, dann kippt das Ding, dann drehe ich mich im Kreis und dann macht das Ding. Genau. Ja, verstehe ich nicht. Bei irgendeinem ging es cool, bei dem Bosch, glaube ich. Da ist das cool gelöst. Was ist denn auch cool gelöst? Ja, wie das das Ding angeht, wenn ich drauf drücke? Das haben alle. Ja, eben nicht. Der hier hat es nicht. Ja, nein, der nicht, aber sonst haben es alle. Probier es aus. Bei dem. Dann gibt es bei der Beleuchtung noch Schrauber, da kannst du ein bisschen rein drücken und hast Licht. Das ist cool, das haben wir vorher gebraucht. Genau. Und hier bei dem hast du jetzt aber kein Nachleuchten. Was wiederum blöd ist. Weil du nimmst den ab und da siehst du nichts mehr. Und das sind halt so Details, die stellst du halt fest, wenn du halt wirklich mal so 25 Schrauber hast. Sonst merkst du sowas nicht, finde ich. Oder wo ist die Beleuchtung? Ist sie hier oder ist sie unten? Hier hast du ein bisschen weniger Schattenwurf, weil du hier sehr nah am Bohrfutter bist. Was dir auch noch aufgefallen ist, da haben wir gestern auch noch ein bisschen getestet, Drehmomenteinstellung, Verstellung und Drehmomenteinstellung. Möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen? Nein, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Aber gut, weil du es bist. Wir können es doch aufteilen. Du machst die eine Geschichte, du machst die andere. Wir machen da drei Teile raus und die Drehmomenteinstellung erkläre ich euch in Teil 3. Bis dahin, liebe Kinder. Gute Nacht. Weil ihr es seid. Ja, da ist ja verschiedene Arten der Drehmomenteinstellung. Einmal hier ganz konventionell, das haben die meisten. Das ist mechanisch. Das ist mechanisch, allerdings mit einer elektronischen Endabschaltung, was wiederum gut ist. Aber es gibt zwei Typen, haben wir gemerkt, von Drehmomentverstellern. Nämlich der Macho-Typ, der greift von oben. und stellt oben. Und dann gibt es eher so den Intellektuellen, der schraubt und verstellt dann von unten. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Es ist unterschiedlich. Also ich richte mich dann tatsächlich danach, weil er hat sich daran gestört, dass bei diesem Schrauber beispielsweise unten stört es dich ja, dass du hier wegen dem Griff... Bei dem ist gut. Bei dem ist gut. Ach, bei dem war gut. Bei dem war es nicht gut. Ja, bei Makita hier, weil der so eine kurze Bauform hat und dann ist quasi hier dieses Teil verdeckt oder blockiert den Drehmoment. Ist für mich beispielsweise gar kein Problem. Ich meine, wenn ich das weiß, dann mache ich halt nicht den, dann mache ich es halt so. Aber du kannst auch nicht richtig umgreifen. Du kannst zwar von oben, aber du kannst nicht richtig drehen. Du kannst immer nur so klick, klick, klick. Ja, es ist schon ein bisschen dämlich. Das gebe ich. Ich gebe dir schon nicht Unrecht. Ja, gut, okay, ich gebe dir sogar recht, weil im Normalfall greifst du egal von unten zu oben einmal ganz hin. Weil nehm mal an, ich mache irgendwas, habe ein bisschen schmierige Hände und greift er mit zwei Fingerchen dahin, ist das natürlich auch nicht gerade ganz toll. Das ist natürlich auch die Frage, ob das der kurzen Bauform geschuldet ist. Wahrscheinlich, nehm ich mal an. Aber ungefähr. Ungefähr. Also der ist auch nicht viel und die haben das einfach bei Fein diese Aussparung gelassen und jetzt kannst du nach Belieben wirklich rumschalten. Das gebe ich dir recht. Das ist so dämlich. Das finde ich bei dem Makita eigentlich für mich ein No-Go. Also das wäre wieder so eine Sache. Für mich wäre das Gerät jetzt eigentlich aus dem Rennen, weil da habe ich nicht so einen Spaß dran. Ah, genau, da hast du ja auch. Auch noch eine Sache habe ich euch. Gut, Leute, nehmt es mir nicht krumm, weil ich jetzt viel auch auf den Bosch-Referenzern finanziere, weil ich den ja schon im Review hatte und habe euch das gerade frisch erzählt. Aber hier habe ich positiv erwähnt, dass du die Umschaltung wirklich, du hast einen Klick, das hört sich präzise an, du hast auch einen schönen Druckpunkt, das passt. Da ist es. Das ist echt, das ist, das ist so klobig. Das schaltet nicht fein. Wenn ich jetzt hier den Festtun nehme, bei dem haben sie ja auch, da gibt es ja diesen Quadrill, da gab es eben auch, ich habe Reviews gelesen, dieses Getriebe ist auch haakelig, wobei es bei dem jetzt, wenn ich ehrlich bin, relativ gut geht. Bei meinem Quadrill ist das ein bisschen blöder, aber wir hatten, was war denn das? Negativ-Beispiel, ich glaube sogar, dass für dich hier der Makita das Negativ-Beispiel oben war und dann eben noch diesen interessanten Fein, den man eben hier vier Gang und ansonsten haben die sich eigentlich alle relativ gut Der große Makita ist wiederum vom Schalter besser, also das fühlt sich wertiger an. Was ich hier dumm finde, an dem hier, hier musst du wirklich zielen, dass du zwei willst, weil wenn du mal kürzt, dann bist du schon, das ist, also das finde ich jetzt auch nicht so ganz, ganz toll gelöst. Ich glaube, das ist ja auch bei Fein die Idee, die sich die Kollegen da gemacht haben, dass du bei vier Gängen jetzt nicht rüber rutschst, sondern dass du hier, aber gut, denn du hast eine Ecke, wo du hin musst, die kannst du dir ja sogar blind merken, dass du weißt, okay, rechts oben ist zwei, nee, drei, okay, siehst du, ich habe mit dem Gerät noch nicht gearbeitet. Was auch noch aufgefallen ist, das fällt mir gerade auf, wir haben ja auch noch geredet, dass diese Akkulampen hier, wie ihr seht, wenn ich hier drauf drücke, dann zeigt es mir hier an, wie voll mein Akku ist und wir hatten, glaube ich, ein Modell, das hatte tatsächlich nur zwei LEDs, heißt für mich, voll oder so gut wie leer. War das nicht der Milwaukee, Hitachi, ich glaube Hitachi war es. War es Hitachi? Nee, der war es da. Ja, hier, hier haben wir es. Schaut mal an, das habe ich zwei, zwei Dinge. Also für mich gibt es entweder nur, wenn zwei leuchten, ist es für mich voll und wenn eins leuchtet, ist es für mich leer. Also dann kann ich es weglassen und ob ich da jetzt zwei LEDs reinmache für drei Cent, ich nehme mal, Mikro ist noch dran, ob ich da jetzt zwei LEDs mehr mache für drei Cent, also das finde ich jetzt, das fand ich jetzt ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Aber auch da sind wir schon insgesamt relativ fortschrittlich, weil guck dir mal den, den Urgroßvater, den Almöhe hier an, der hat nämlich weder noch, der hat gar nichts. Da war es wirklich so, das weiß ich noch, irgendwann war er leer. Genau, du schraubst und dann irgendwo leer. Diese machen heutzutage, die gehen und in der nächsten Sekunde gehen sie schon nicht mehr. Das ist, finde ich, vorteilig, weil du nicht dieses, man kennt es doch von früher, du willst die Schraube rein und plötzlich gehen die Akkus in die Knie und dann lässt du eine halbe Stunde stehen, hast es vergessen, willst weiterarbeiten, stiefelst aufs Dach hoch, aber gut, man schaut auch nicht die ganze Zeit nach, also ich drücke da jetzt nicht drauf. Ja, diese Abschaltung ist im Prinzip ja auch eine Schutzschaltung für den Akku, denn wenn du die Lithium-Ionen unter die Nennspannung richtig, ich glaube, 2,5 Volt pro Zelle oder so, dann werden sie platt, dann brauchst du den auch nicht mehr aufladen. Da habe ich auch irgendwas gehört. Hast du was gehört? Ja, da gibt es einen ganz tollen Kanal, den könnt ihr euch auch mal angucken, ist allerdings auf Englisch AVE geschrieben, der beschäftigt sich ganz, ganz viel mit so Akkuschrauben, auch, der zerlegt solche Dinge und geht da auf den Grund, den Kanal kann ich wirklich auch jedem empfehlen, wenn euch das interessiert, also ich habe da auch schon viel gelernt, der kennt sich auch aus, mit was das für Plastik ist und der kennt auch Unterschiede eben zwischen so einem Plastik und also das kann ich euch empfehlen, so einen Kanal anzugucken oder den Kanal, den fand ich sehr interessant. Apropos Plastik, wenn man jetzt mal so ein Gerät hier sieht, auch der Dewalt, das ist ja schon rock solid, das ist hier schönes Metallgehäuse, warum nimmt man da Metall, Wärmeableitung ist besser als bei Kunststoff und jetzt sieht man unseren Freund von Ryobi und denkt, wow, krass, das Ding ist echt, sieht ja genau so aus, aber falsch gedacht, weil das ist Plastik, it's not metal, it just seems like metal, but it's plastic. Dafür hat er blaues Licht. Total fancy, das finde ich total schick. Das braucht aber kein Schwein. Was macht es? Es leuchtet blau. Verstehe. Gut, Freunde der Nachts und ich glaube, es ist mein Satz. Ist es dein Satz? Ja, natürlich. Freunde der Nachts. Es ist auch mein Satz, also ihr könnt es... Es ist unser Satz. Es ist unser Satz. Ich nutze diesen Spruch schon seit 42 Jahren, 43, 45, was weiß ich, wie alt ich bin. Also mein Großvater hat ihn schon benutzt. Ja, aber mein Urgroßvater hat ihn damals geprägt. Ja, also in Westfalen hat man sich so damals gegrüßt. Ja, klar, Freunde der Nachts. Freunde der Nachts. da steht ein Geschichtsbücher drin. Ja, liebe Leute, das war er, unser kleiner Akkuschrauber-Talk mit Michael und André. Pass auf, jetzt brichst du hier das hier nochmal. Meine Hüte. Jetzt schreib mal diesen Kacktisch fest. Zum fünften Mal. Hi. Ja, der Michael, der ist so ein kleiner Hitzkopf, also ich muss ihn immer wieder mal so ein bisschen einholen, beruhigen. Nee, ernsthaft, ernsthaft? Wir können gar nicht mehr ernst sein. Wie hat es euch gefallen? Unser kleines Talk-Format. Daumen hoch, Daumen runter. Also gebt uns einen Daumen hoch, am liebsten. Oder du möchtest gerne? Also für Michael Daumen runter, für mich Daumen hoch, egal. Und ich hatte euch ja ein bisschen heiß gemacht. Ich habe ja gesagt, einen Kandidaten wird es nachher auch für euch, für die Community geben. Und zwar, ta-da-da-da, Wir sponsern euch. Ich schenke an euch diesen Ryobi, inklusive zwei Akkus und dem Ladegerät. Das ist glaube ich auch dabei. Ja, klar. Also voller Lieferumfang halt. Oder? Voller Lieferumfang. Ist das mehr als voller Lieferumfang? Das ist volle Hütte. Und? Vollausstattung. Handsigniert, hier unten. Handsigniert von mir. Und von Michael, genau. Wir haben den Edding, haben wir da. Wir verschmieren das Gerät. Und was müsst ihr machen? Wir labern, was müsst ihr machen? Ihr schreibt mir mal unter, das Video in die Kommentare, wofür braucht ihr eigentlich euren Akkuschrauber? Was macht ihr mit eurem Akkuschrauber hauptsächlich für Sachen? Trockenbauer, was weiß ich. Also lasst euch was einfallen und unter allen Kommentaren, die, sag ich mal, in den nächsten roundabout zwei Wochen eingehen, in den nächsten Tagen, zwei Wochen, ja, machen wir zwei Wochen, zwei Wochen ab Start des Videos, verlose ich diesen Akkuschrauber. Da würde ich sagen, ran an die Tasten, haut es rein und ansonsten, wir freuen uns natürlich immer wieder über ein Abo, ein Like und überhaupt. In dem Sinne, macht es gut. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.